Hi! Willst du vielleicht etwas mit Technik oder Naturwissenschaften studieren? Aber weißt noch nicht genau was? Willst du in verschiedene Studiengänge reinschnuppern? Oder deine Mathekenntnisse festigen? Oder mit weniger Leistungsdruck ins Studium starten? Dann studier PLUS MINT, den Bachelorstudiengang mit einjähriger Orientierungsphase an der Unikasse. Mit spannenden Praxisprojekten, bei denen du selbst experimentierst. Mit einem Mathematikaufbaukurs, mit dem du deine Mathekenntnisse verbessern kannst. Mit einem Mentoringprogramm, bei dem du umfassend beraten und bei deiner Orientierung unterstützt wirst. Und du kannst schon im Orientierungsjahr BAföG beantragen. Und nach der Orientierungsphase studierst du einen der angebotenen MINT-Scherb-Kursen. Wir freuen uns auf dich!